Freunde, ich hab da was für euch. Zack, da ist das Ding. Das, liebe Leute, ist das Google Pixel 2. Eine Mischung aus Hardware, Software und künstlicher Intelligenz und der kleine Bruder des Pixel 2 XL, das wir uns hier jetzt natürlich auch ansehen werden. Das Design kommt uns schon auf den ersten Blick vertraut vor. Google setzt wieder auf Glas und Metall, schließt auf der Rückseite aber dieses Jahr den Fingerprint wieder aus dem Glasbereich aus und macht diesen so deutlich schlanker. Man erkennt keinerlei Antennenstreifen und das Gehäuse ist nun IP67 zertifiziert. Insgesamt wirkt die Rückseite, ich sag mal, deutlich moderner. Dreht man das Pixel 2 dann um, verschwindet dieser Eindruck allerdings recht schnell wieder, denn die Displayrenner sind, na ich sag mal, auffällig. Das macht das Phone kein Stück schlechter und viele Leute mögen das sogar. So richtig zeitgemäß sieht das aber nicht aus. Beim Pixel 2 XL wurde das besser gelöst. Dort sind die Ränder nämlich nicht nur dünner, die Ecken des Displays sind auch abgerundet und man setzt auf 18 zu 9 bzw. 2 zu 1. Das ist eindeutiger ein Trend aus diesem Jahr. Seltener sind das schon die Dual Front Lautsprecher, die in beiden Pixelphones verbaut wurden und die sicher auch ein Grund für diese dicken Renner sind. Für einen anständigen ersten Eindruck war es vor Ort aber leider viel zu laut. Einen Klinkenstenker gibt es nicht und Kopfhörer werden auch nicht mitgeliefert. Stattdessen gibt es dann einen USB Type-C zu 3,5 mm Adapter, mit dem ihr dann eure bisherigen Kopfhörer nutzen könnt. Ich bin kein Fan von Adaptern und dass alle Anschlüsse nach und nach wegfallen, das ist eine ganz natürliche Entwicklung, aber so richtig optimal finde ich das gerade als Übergang nicht. Vier Farben wird es geben und die beste Möglichkeit, um das Pixel 2 vom 2 XL zu unterscheiden, das ist tatsächlich ein Blick auf den Kamerabreich, denn beim Pixel 2 sitzt die Linse rechts, beim 2 XL sitzt sie links. Kinder Blue ist die, naja, irgendwie blaue, die blaue, aber auch nicht so richtig blaue Variante und sie fällt da doch ganz deutlich aus dem anderen Farbraster, auch weil sie durch den farblich abgehobenen Powerbutton noch einen weiteren Akzent verpasst bekommen hat. Das gibt es sonst nur noch bei der Black & White Version, bei der dann der Akzent noch eine Ecke deutlicher gesetzt wurde. Die Kamera haben wir bereits angesprochen und sie ist eins der, wenn nicht sogar das große Highlight der neuen Pixelphones, obwohl Google hier nur eine Kamera verbaut und damit tatsächlich gegen diesen, naja, ich sag mal Dual-Kamera-Trend oder Sturm angeht, gibt es auch einen Portrait-Modus, der den Hintergrund unscharf stellt und um ganz ehrlich zu sein, sieht das tatsächlich ziemlich gut aus, deutlich besser als erwartet. Ziemlich cool ist außerdem die doppelte Bild- und Videostabilisierung, es wird gleichzeitig optisch und elektrisch stabilisiert und hier sahen die ersten Versuche ebenfalls richtig, richtig gut aus. Dazu kommen dann noch ein paar nette Augmented Reality-Sticker, die sogar miteinander interagieren können und, und das ist noch spannender, Google Lens. Google Lens kennt man vielleicht schon von der Google I.O. Erst jetzt gibt es das aber auch auf den ersten Fonds. Ihr steht vor einer Sehenswürdigkeit und möchtet mehr darüber erfahren, Google Lens draufhalten und zack, ihr bekommt die Information. Ihr wollt wissen, von wem das Bild oder Gemälde vor euch ist, das da an der Wand hängt, Google Lens sagt es euch. Infos über Bücher, Filme, Albumcover und mehr. Google Lens weiß auch das. Telefonnummern auf Visitenkarten oder Kontaktinfos und Internetadressen auf Fotos lassen sich direkt aufrufen und nutzen. Einfach ganz kurzes Telefon draufhalten, kurz warten und ihr bekommt all die Infos, die ihr gerne hättet. Google Lens ist natürlich nur ein Teil der klugen Software. Auch der Assistant ist selbstverständlich mit an Bord und beantwortet gerne eure Fragen und Befehle. Schaltet das Telefon zum Beispiel stumm oder das Licht aus und beantwortet auch Fragen wie, ich weiß nicht, nach der Schuhgröße von Barack Obama. Und falls ihr es mal eilig habt, könnt ihr den Assistant ganz einfach per Drücken des Gehäuses aktivieren, wie man das zum Beispiel vom HTC U11 kennt. Google nennt das Ganze hier dann Active Edge. Muss man im Alltag probieren, ob das was taugt. Da die Phones direkt von Google kommen, läuft natürlich bereits Android 8 Oreo drauf. Es werden monatliche Sicherheitsupdates versprochen und natürlich bekommt man alle neuen Updates vor den anderen Herstellern und quasi sofort. Und wo wir beim Thema Geschwindigkeit sind, die Akkus können bei Super Fast Charging schnell aufgeladen werden. Wireless Charging ist allerdings nicht möglich. Schuld ist da dann, wenn ihr mich fragt, das Metallgehäuse. Da geht das Ganze ja nicht. Der mitgelieferte Quick Switch Adapter kopiert eure Daten in wenigen Minuten vom alten auf das neue vor. Und falls ihr wechselt, dazu gehört dann wirklich alles Wichtige, wie Fotos, Musik, Kontakte, Kalendereinträge, Nachrichten-Apps und sogar iMessages. Beim Kauf verhält man außerdem unbegrenzten Online-Speicher für Fotos und Videos, ganz wichtig in Originalqualität. Und wer ein Pixel 2 oder 2 XL vorbestellt, der bekommt auch einen ebenfalls ganz neu vorgestellten Google Home Mini kostenlos mit dazu. Das Pixel 2 startet bei 799 Euro, das Pixel 2 XL bei 939 Euro und kann ab jetzt vorbestellt werden. Tja und sonst so, irgendwas reitet mich an den neuen Phones. Sonst gleichzeitig fehlt mir aber auch so ein bisschen der USP, so das Feature, das die Phones von allen anderen abhebt. Ich hoffe, dass ich bald ein Sample in die Finger bekomme und vielleicht muss ich einfach erst einige Zeit damit herumspielen, um mich so richtig, naja, verpixeln zu lassen, sage ich jetzt mal. Aber was haltet ihr von den Phones? Wie gefallen sie euch? Und gibt es irgendwas, was euch fehlt? Lasst mich das wissen und lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren. Das könnte ganz spannend werden. Gut, das war es von mir, meinem ersten Eindruck der Pixel Phones und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Für uns hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. set